So, Servus Leute, es ist mal wieder die Weihnachtszeit da, ganz genau wie letztes Jahr auch. Leider kann Matthias nicht da sein und ich bin selbst übertrieben traurig, weil Weihnachten gehört irgendwie schon dazu, dass Mats und ich was machen. Leider geht das nicht, aber trotz alledem, glaubt mir, es lohnt sich. Wie ihr seht, ist die Kulisse schon mal wirklich nicht ganz normal. Ich habe auch ein Polo-Hemd an, obwohl Weihnachten ist, also ihr könnt euch vorstellen, wo wir sind und wo es auch typischerweise Popcorn gibt. Also abonnieren und nicht verpassen. Oh, mein Zug kommt. Tschüss. Oh, mein Gott.